Wir haben den besten Weg, die Kälte muss auf sein. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger, wir sammeln Dinge. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei, beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert, sein Name ist Eisläufer. Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet, aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer aufgrund. Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Tatsächlich? Warum das denn? Aufgrund welchen Verbrechens? Ich habe nur über ein Ereignis geplaudert, das... Ein tragisches und sehr, sehr profitables, äh... Ness. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten. Die Cousine des Kaisers wurde ermordet. Ausgerechnet hier in Einsamkeit. Es wäre peinlich. 水ndes geht. Ness. Däuner, wenn man den Kaisers ausfaut? Ness. Däuner, das ist ja erinnert. Das ist ja der Fall, in der Fischstraße ge Konschick. Es wäre zu sein. Wir wollen nicht. Wir wollen die sohren von Deutsch. Wir wollen die sohren und die sohren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was braucht ihr? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was war das? Was war das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020